Hallihallo und willkommen zurück hier beim Lohnprojekt auf der Ravensberg. Ja wir sind ja hier auf der 19 am Dreschen gewesen und wieso habe ich jetzt keinen Zugang zu diesem Land? Hat er den Auftrag etwa schon jetzt abgegeben? Ah, den hat er jetzt schon als abgeschlossen. Gut, dann kann ich das nicht mehr ernten. Macht auch nichts. Das heißt wir können hier einmal das zusammenbauen. Auto, du musst mal kurz warten bitte. Ich muss hier einmal ein bisschen rangieren. Steht immer noch nicht gut. Na, bleibst du stehen? Ja, du brauchst nicht zu hupen. Dann können wir den Kollegen nämlich zum Shop schicken. Das hatten wir ja so gesagt, der soll ja das Motor Upgrade bekommen. Wir sollten aber vorher noch vielleicht den Weizen abladen, den wir hier drin haben. Aber der Vorteil ist, na klar, wir können jetzt schauen, wo wir den besten Preis für Weizen bekommen und dann fahren wir dementsprechend dahin. Wäre ja schön doof, der geht es zu einem schlechten Preis zu verkaufen. Da schauen wir mal. So, Weizen, LGH Langheit. Okay, da hat sich das dann doch erübrigt, ist derselbe Verkaufspunkt. So. Aber bis wir abgeladen haben, kann der schon mal ganz gemütlich zum Shop fahren. Und wir kassieren eben noch mal ein wenig Zusatzgeld. Und danach geht es für den Kollegen hier weiter auf Feld 20. War das, glaube ich. So, lass uns mal schauen, was wir jetzt da noch rum bekommen an Kohle. Na ja, tausend Euro. Oder hat der das irgendwie? Bisschen wenig, aber egal. Äh, so. Kassieren. Feld 20. Gerste. Feld 20. Das ist hier drüben. Ich weiß, dass wir irgendwo hier schon einen Kurs haben. Das heißt, wo bist du? Na, du bist noch nicht so weit. Dann fahren wir schnell selbst rüber. Weil da würde ich dann gleich die Richtung Feld 20 auch Autodrive-Kurs einfahren. Damit der Bereich da drüben dann auch einfach schon mal erschlossen ist, was eben die automatische Streckenführung angeht. Guck mal, wir haben 43.000 Euro auf dem Konto. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ich würde aber das gleich um der Einfachheit halber die beiden Anhänger beim Shop stehen lassen, irgendwo da in der Nähe. Und das Einfahren dann nur mit dem Anhänger. Äh, nicht nur mit dem Anhänger. Was rede ich für ein Schwachsinn heute wieder? Äh, nur mit dem Traktor machen. Weil das einfach besser geht, finde ich. Also wir haben hier schon mal die Reinfahrt. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie weit war. Wir lassen die Anhänger mal hier stehen. Das geht nur hier. So, das heißt, wir würden jetzt hier anfangen. Dann machen wir hier gleich die Verbindung ran. So. Wir müssen bis zum Kreisverkehr und von da aus die erste Ausfahrt nehmen. Ja, guck mal. Oh, hier haben wir. Ne, hier ist nur rein. Das heißt, wir machen hier weiter. Aber in die Richtung haben wir sogar schon was. Das ist ja sehr gut. So, das heißt, hier rum kommen wir schon mal. Aber ich glaube, wir fahren dann ja irgendwo hier oben hoch. Das heißt, da müssen wir dann vermutlich geradeaus weiter nach hinten machen. Und zurück bis zum Kreisverkehr. Ich glaube, hier fahren wir rein. Und wir würden jetzt quasi von hier aus. Das hier. Hier ist jetzt Feld 22. Dann müssen wir noch ein Stückchen weiter fahren auf die 20. Das sollte ja dieses Feld da sein, was ich da so sehe. Da würde ich jetzt einfach sagen, wir machen genau über das Verkehrsschild einmal. Ähm. Da. Da. Zwanzig. Und wieder zurück. Weil dann können wir gleich schon mal den Drescher losschicken. Wir können den Traktor dann losfahren lassen, damit wir die Anhänger dann abgestellt bekommen. Wir lassen erst den Traktor losfahren und danach den Drescher. Weil der Drescher halt wenig langsamer ist. Jetzt noch ein Stückchen weiter. Das heißt, wir können hier mit da verbinden. Das heißt, wir haben hier die Wände. Jetzt geht es hier nochmal weiter. Da stehen unsere Anhängerchen. So. Und den Punkt. Und ich brauche den hier. So. Das war das erstmal. Dann würde ich sagen, jagst du schon mal da hoch bitte? Das brauchen wir nicht mehr. So. Ja. Und du kommst hier nicht rum. Ja. Ist auch alles ein bisschen. Ja. Hab ich? Ne. Habe ich hier nicht mehr drauf. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Power. Also. Oder. Warte mal. Vielleicht geht das. Ja guck mal. Wir müssen die Tür nur einklappen. Es ist einfach viel zu eng hier. Ah. So. Jetzt aber. Oder? Kommt da nicht wirklich gut rein. Aber es wäre doch gelacht. Guck mal. So. Ähm. Ja. Jetzt müssen wir schauen. Irgendwo ist die Werkstatt. Oder der Werkstattbereich. So. Machen wir den mal kurz weg. Ähm. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das uns kostet. 27.000. Eieieiei. Aber wir brauchen es. Wir brauchen die Power. Nützt nix. Nützt nix. Dann wird das erstmal noch nichts mit der Spritzer. Wasser. Oder wir müssen halt mal schauen gleich, was wir für den Düngerstreuer bekommen. ähm. Weil das Ding ist halt, wir müssen ja sowohl. Ähm. Sowohl die Spritze kaufen, als auch ein bisschen. Ein bisschen. Ähm. Pflanzenschutz. Manchmal fallen einem die Worte nicht ein, die man sagen möchte. hier. So. So. Die Anhänger stellen wir schön hier ab. Ja. Wir müssen mal gucken, ob wir, ja die Spritzmissionen sind noch alle da. Das ist keine Düngermission, weil sonst hätte ich erst nochmal eine Düngermission gemacht. Also wir brauchen, ähm. Wie waren das? 26.000. Ja. Ich sag mal grob 30.000. Das müssten wir aber zusammen bekommen. Das müsste klappen. Dann machen wir eben erstmal nur eine kleine Spritzmission. Bis wir eben, äh, soweit sind, dass wir wieder ein bisschen Geld einnehmen. Und dann müsste das passen. Oh, guck mal. Unser Drescher. Oh. Mit offener Tür hier. Das ist gefährlich mit der Leiter so rausstehend. Aber der kann im Grunde gleich anfangen zu arbeiten. Sobald er angekommen ist, ähm, machen wir den Start klar. Das war mir klar, dass du mir die Voranfahrt nehmen wolltest. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. So. So. Aber auch wenn der Drescher jetzt ankommen sollte, wir machen jetzt, äh, die Geschichte mit dem Düngerstreuer zuerst. Oh. So. 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 Gut. Da ist jetzt noch ein bisschen Dünger drin. aber den würde ich wenn dann mitverkaufen ich glaube da gibt es sogar noch extra geld so der mega ist oben angekommen also wie gesagt wenn wir über über 15.000 bekommen ja 17,8 komm weg damit den weg das heißt wir kaufen uns jetzt wir machen das anders wir holen uns pflanzenschutzkosten 2,4 in 2000 liter da haben wir jetzt noch 32.000 euro übrig und für die kaufen wir 18 meter passt aber so das heißt wir haben hier eine schöne querneland 18 meter spritze die wir irgendwann noch auf und pimpen können so aber in der zwischenzeit kümmern wir uns schnell mal hier darum dass der kollege hier einfach loslegt mit seiner arbeit und wir können uns dann um die pflanzenschutz spritz missionen kümmern nur einen kurs machen schnell oder fahren wir mal ein bisschen weiter rein dass der kurs generierung feld 20 machen wir mal vier vorgewände sicher ist sicher weiter wegpunkt einstellen los geht's doch und wir können uns schon mal die spritze hier ran machen und gucken auf welches feld wir als erstes fahren werden so schauen wir mal die 42 wäre zum beispiel 35 30 zwar die 22 ist das große feld das machen wir na klar nicht 42 42 wo auch immer die ist 42 42 41 42 da drüben ok den weg finden wir also auf geht's zum feld hier irgendwie da oben rüber wir fahren da vor der brücke praktisch geradeaus nicht links auf die brücke rauch du kommst hier aber auch ums bürfchen gerast nicht übel nicht übel schiff halt deine hupe aus gucken wir mal ob wir das feld noch erreichen und danach werden wir dann auch feierabend machen einmal hier rüber das ist die 41 und dann müsste ja hier geht der weg rein perfekt perfekt dann ist das hier die 42 so ja dann würde ich sagen wir sind hier angekommen und machen feierabend für heute morgenmittag geht es na klar weiter hier mit einer neuen folge schaut gerne rein ich würde mich freuen bis dahin macht's gut und tschüss und 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 und